Willkommen bei MrUnwable So, ich hab erstmal diesen scheiß Autofokus Autofokus wieder ausgemacht bei der Webcam Keine Ahnung, warum das jetzt immer automatisch anschaltet Weil der Hintergrund, der hier hinter mir ist Zum Beispiel hier Joska Hose 3 Das soll ja alles scharf bleiben Und nicht so unscharf, Alter Wir sind doch hier nicht im 2D-Kino, Alter So, los geht's mit Bergwanderung Jo... Ja, wird mein Kopf aber drühen, Alter Jetzt wird der Kopf richtig knacken, ey Wiss ich schon Ey MrUnwable Alles klar heute? Na sicher doch Wann gehen wir denn mal wieder Bowling? So... Dann wollen wir mal Weil MrUnwable ist heute wieder richtig scharf drauf, Alter So, ok... Das Ding kann er doch schieben, wenn er will, oder? Mr. Baby Lass mal den Kopf mal wieder so richtig knacken Hmm, wieso mag er das nicht schieben? Da liegt das falsch gar nicht, oder? War hier hinten irgendwas? Oh Gott, ne. Weil hier war weiter nur schnell. Das ist nur... Weil er kann den auch nicht schieben, ey. Weil locker ist es ja. Eingartig, warte mal, ich versuch mal mit. Ist da oben irgendwo eine Schnur? Ne. Ist da oben irgendwo eine Schnur? Ne. Warum? Immer scheitrig bei so'n einfachen Sachen, ey. Das ist doch nicht mehr normal, ey. So, jetzt muss ich hier wieder Zeit aufholen. Ja. Sehr schön. Weiter geht's hier. Oh, Alter. Der hat mich fast umgebracht, Alter. Der hat mich umgebracht. Du, du, du. Mr. Unwärmel hattet heute mal wieder eine richtige Gefahr aus, hinter den Oran hier. Bergwanderung. Oh, ja. Bergerung. Oh, ja. Oh, ja. Boah. Oh, hoch. Wir sind jetzt hoch. Ja, sehr schön. Ah, was haben wir denn da auch schönes? könnte man uns nein ja sehr schön hoch mit dir ja kann ja damals sicherheitshalber da mal wieder ein stück seil warte mal da bringt da auch was ja ja alles klar da war mal ja könnte man naja da müsste ich eigentlich schon sehr spannen dann müsste ich normalerweise alter was war denn das alter hau rein so hat er wieder hoch hier du so mal schnell seilspannen hier das ist ein bisschen hoch machen wir jetzt so so erstmal einen knoten machen ist der unwale du hast heute wieder voll drauf so hoch hier fette mucke hier heute am start da kommen wir nicht rüber da brauchen wir wahrscheinlich aber wie kriegt ihn da weg dankeschön der bräugt nämlich kein bock hier zu ersaufen mit scheiß dreckswasser hier komm noch ein stück ja hot style na komm sehr schön ahoi boah fett alter bumm alter one piece alter live steht vor lifestyle mal hier schnell knoten spannen hier werden wir einen knoten spannen sehr schön ne dose die brauchen wir bestimmt irgendwo so erstmal knoten raus warte mal der könnte wahrscheinlich klappen dann werden wir hier mal einen knoten machen genau so und dort drüben gucken wunderbar können wir die da hochschieben können wir die da hochschieben und als eine scheiße mal aufmachen weil die schnur könnte ich nämlich gebrauchen da unten haben wir ein geheimnis denken wir da können wir auch ganz spritzig runter ja so jetzt muss ich selber erstmal gucken mal nur erstmal seilspannen so und ein bisschen schwingen jawohl aber nein nicht er schon wieder jetzt nimmt eine bene in der hand alter und renn sehr schön sehr schön na das wird ja lustig ja kommt alter Alter, so schnell kannst du gar nicht gucken. Oh, Alter, heftig, Alter. So, warte mal, wir gehen versuchen mal hier lang. So, warte mal hier. Warte, die brauchen wir da bestimmt irgendwo, war. Hm. Habe ich erstmal gar keine Ahnung, okay, mal gucken. Da haben wir noch ein Geheimnis. Müssen wir hier ein Seil spannen, dann müssen wir hier ein Seil spannen. Dann mache ich hier schon mal die Schnur los. Scheiße, zu weit weg, ey. Ah, guck mal, reicht doch doch. Boah, Alter, kommt der da hoch. Sehr schön. Verknäuelt. Na, dann können wir hier wieder spritzig hochklettern. Frag mich ja echt, wozu der Eimer da ist, ey. Hm, bin ein bisschen abgemagert. Stimmt, wird es zu weit, ey. Na, komm mit da hin. Jawohl. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Den können wir schieben. Warte mal, den hier mal runter. Oh, bist du heute wieder stark, ey. Ob der so richtig war, keine Ahnung. Werde ich ja gar nicht sehen, wahrscheinlich. Oh. Seil ist ja spannend, mal gucken, ob das überhaupt reicht noch, ey. Na, was ich hier, wird. Okay, ob man wieder rüber schwingen kann, ey. Ne. Vielleicht war die Dose ein Fehler da ins Wasser. Ich weiß jetzt ja auch nicht. Ah, warte mal, Moment, jetzt hast du ein bisschen Klick gemacht in der Rübe. Ja, na klar. Genau, er zieht es ja dann runter. Genau. Genau. Ah, ich hab hier erst einen Knoten zu machen. Ah, 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 ah. Fuck. Hm. Ja, so ist richtig, genau. Das Fespe und dann zieht er die Scheiße damit runter. Alle guten Dinge sind drei. Genau, jetzt macht er jetzt einen scheiß Knoten hier. So. Und jetzt kann ich es drin schmeißen. Komm, noch ein Stück. Ich denke mal, das hat hier reich, oder? Nee, der ist nicht ganz unten. Oh, fuck. Ich denke mal, das ist ein Stück. jetzt nicht ja so musste dann sein dass ich nur kann da machen wir mal jetzt man komm schiebt schiebt denn der nicht noch mal belastend du sollst ja darin schien verdammt oder genau wieder das gleiche wie vorhin er ist die idee ist wasser ist ganz was andere teiglich aktiv dauernd im blick auf jeden fall schon mal falsch wahrscheinlich ein knoten ja und auch ja kein So, fuck, da ist Wasser, da komme ich schon mal auf jeden Fall auch schon mal nisch weiter. Warte mal, dann kann ich das hier nochmal abmachen. Also hier rüber schwingen, na komm. Sehr schön, dann haben wir da eine Tüte, oh, sehr schön. Ja, die drei Kinder da. Bistig, Alter. Boah, der war platt. Höchstwahrscheinlich. Na, scheiße. Hm. Guck mal, geht's auch. Oh, oh. Habe ich schon irgendwie geil gemacht. Sehr schön, kann ich ja hier weiter. Oh, ist das ein Schuh? Mr. Butterfly, der neuer Freund. Ja, hast du dein geile Telefon. Sehr schön. Rundgang, der Schmetterling. Naja, sehen wir uns jeden Fall im neuen Kapitel wieder, also haut da rein. Bis dann, bei Mr. Unravel. mit über. Wie ist das nicht? Ich mache mich jetzt mit über. grüße. Ja, ich kann es nicht.